Herzlich Willkommen hier im Wellerstudio in Düsseldorf. Ich freue mich, Sie zum Look & Learn der Intergriffeure Deutschland begrüßen zu dürfen. Die Just Look & die Just Learn gehören für mich zu einem der wichtigsten Inspirationsquellen, die wir bei der Intergriffeure haben, wenn es um Mode geht. Ich mache den Job seit über 20 Jahren und ich habe auch heute wieder drei, vier Sachen gehört, wo ich dachte, sensationell, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, warum habe ich es noch nie so gemacht. Und für mich war eine Veranstaltung dann schon toll, wenn ich nur eine Sache und eine Neuheit bin draußen. Ich war heute das erste Mal dabei, es war eine super tolle Geschichte, super Erfahrung. Die Models waren tipptopp, die Frissuren haben cool geklappt, also ich denke, wir könnten alle zufrieden sein. Ich war zum ersten Mal dabei und es war alles perfekt. Also ich fand die Vorbereitung war toll, die eigentliche Show war, also richtig gut. Insofern alles tipptopp. Danke dir. Was mir heute am besten gefallen hat, war einfach so die Stimmung. Die ist in jeder Stadt hier unterschiedlich und hier war sie einfach besonders energiegeladen und war spaßig, hat mir einfach Spaß gemacht. Für mich war es jetzt das erste Mal, ich fand es echt extrem interessant, wie toll einfach auch wir hier aufgenommen worden sind, wie schön das Team auch zusammenspielt hat. Es war wirklich richtig klasse und ich freue mich auf die nächste Stadt. Echt toll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.